Hei Leute und damit herzlich willkommen zu einem Halloweenösen Video. Gibt es das Halloweenöse? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich und Steven sind hier an Halloween am Start und spielen Freitag für Kreise. Da redet er auch. So, ihr habt gerade eben gesehen, Jason ist hier am Start und ja, wir würden uns alle töten. Müssen aufpassen. Steven, wo bist denn du gerade eigentlich? Kann man Messe nicht aufstammeln? Nee. Kann man Messe nicht einsammeln. Hier gibt es auch Emotes, schaut mal. Oh, hä? Ich habe vorhin Popping Emotes ausgegeben. Ja, ja, geil. Ey, warte mal, wenn das Geräusch kommt, dann ist er doch hier in der Nähe, oder? Nee, ja, es kann sein, wenn es lauter wird, dann kann es schon sein. Also Leute, ich kann mich hier locker erschrecken, ich sage es euch. Wenn der hier jetzt irgendwo ist. Oh mein Gott, nein, 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 ich gehe schnell rein, schnell rein. Puh. Ich könnte mich locker erschrecken. Da, das nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob wir Jason töten können. Irgendwie, eine bestimmte Person kann Jason töten. Ich kriege einen Beßballschläger. Und nicht eine Zwanzange. Oh, da kommt jemand zu mir. Oh, Jason ist auch da. Scheiße, nein. Nein. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 ne, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, der hat mich gleich, der hat mich gleich. Oh. Steven, nein. du musst mich helfen du musst mir helfen der jason verfolgt mich nicht vielleicht ist auch nicht am anderen der andere typ verfolgt mich nein du loggst jason zu mir verpiss dich oh mein gott oh mein gott das schrecken ich für euch welche ich hab mich voll erschrocken wo ich den gesehen habe ich bin abgehängt meine ich sehe ihn bei mir mein teil flackert ich würde ihn was muss ich machen versuch sie nicht anzugreifen du kannst du nicht oh mein gott da habe ich mich gerade erschrocken was so was die sind die zequen der zerquetscht mich bist du hast mich umarmt und mich zerquetscht ich schau dir zu mach deine taschenlampe aus ich will irgendwie ihm schauen ja jungen nein 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 bitte nicht ich sehe nur noch drei Leute nein jason nein mach es nein 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 alter uja der hat dich zerstört man der hat dich zerstört ja der andere typ kommt er hat sich gerettet nein er stieg er stieg oh mein gott er kann sich irgendwie teleportieren der hacker der versteckt sich hinterm Busch der hinter so einem Baum oh nein jason ach der zieht ihn oje nein oh der ist der ist weggekommen lauf aber der kann sich halt echt so teleportieren ok und ich glaube das war es jetzt hat er ihn und der Kopf ist wieder ab jason hat damit gewonnen ja wie ich schon gesagt habe also irgendwie kann man das auch überleben indem man die Polizei ruft und alles mögliche was wir jetzt leider nicht geschafft haben ja jedenfalls ich glaube für so ein kleines Halloween Video was jetzt nicht zu lang gehen sollte reicht das schon aus also ich glaube da hat man einen kleinen Eindruck von dem Spiel komm ähm gut Leute wir spielen jetzt die Runde die da gerade angezeigt wird nicht happy Halloween gut da würde ich mal sagen ja ein Däumchen wäre ein Träumchen ein Abo wäre Babo was äh ja ja gut vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.